Keine Angst, Titanic war nur ein Film. Mein Gott! Mensch Beatrice, was für ein Anblick. Das Altraumschiff. Es lesen wir sie hören. Max Giermann, Annette Friert, Chris Galadecki, Betty Lambrecht und Bastian Pastewka. Dann habe ich hier noch 40 Liter Gleitcreme, zwei Kisten die Pille danach, eine Kiste Kokain und sechs Kisten Kondome, Perlgenob mit Penisgeschmack. Gut, das käme dann direkt in meine Kabine. Dankeschön. Mein Gott, wie ich dich hasse. Halt die Fresse, alte Hexe. Esgebank, Bossen, Hanuta, bring ich ihn mit. Aber erst kommt natürlich die Bombe aufs Schiff. Das Nashorn unserer Treue und das Dur der Zärtlichkeit.